Tschüss Kinder, wir fahren ins Restaurant. Tschüss. Keine Sorge, ich werde gut auf Ihre Kinder aufpassen. Hallo Sandra, wollen wir ins Kino gehen? Nein, tut mir leid, ich muss auf die Kinder aufpassen. Ach, die Kinder können doch auf sich alleine aufpassen. Frag sie doch mal. Okay. Kinder, könnt ihr auf euch alleine aufpassen? Ja, können wir. dice wer네. Genau, füre chi nur der BAU. Sie können doch auch die Kinder aufpassen. Nun kann man, ja. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020